Als aufregender Neuling in der ständig wachsenden Wohnmobilszene kombiniert der Dacia Sandmann 4x4 Camper van 2025 modernen Komfort mit Geländegängigkeit und Nutzwert. Mit seinem erschwinglichen und langlebigen Ansatz ist der Dacia Sandmann 4x4 die erste Wahl für Outdoor-Enthusiasten in der wachsenden Wohnmobilbranche. Dacia hat mit diesem Modell den kompakten Wohnmobil revolutioniert und ihn zum idealen Reisebegleiter für Familien und Abenteurer gemacht. Ein Äußeres, das jedes Gelände bewältigt. Die kühne Persönlichkeit des Dacia Sandmann 4x4 2025 spiegelt sich in seinem robusten Außendesign wieder. Dank seiner robusten Konstruktion, der hohen Bodenfreiheit, den Unterfahrschutzplatten und den Geländereifen kann der Sandmann selbst das anspruchsvollste Gelände bezwingen. Aufgrund seiner geringeren Größe ist er leichter zu manövrieren als größere Wohnmobile, was ihn perfekt für enge Stadtstraßen oder kurvenreiche Waldwege macht. Beim Betreten des Sandmann erwartet einen ein geräumiger und durchdacht gestalteter Innenraum. Dank seines modularen Grundrisses kann dieser Camper an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Im hinteren Bereich befindet sich ein ausklappbares Bett, in dem zwei Erwachsene bequem Platz finden, und wenn man die Sitze umstellt, erhält man einen Essbereich mit einem ausklappbaren Tisch. Eine Küchenzeile mit Spüle, zweiflammigem Gasherd und Minikühlschrank ist im Design enthalten. Der Sandmann 4x4 mag zwar klein sein, aber an Komfort mangelt es ihm auf keinen Fall. Küchengeschirr, Lebensmittel und persönliche Gegenstände finden in den geräumigen Schränken Platz. Jeder verfügbare Platz wird dank der cleveren Aufbewahrungslösungen, die eingebaut wurden, gut genutzt. Dank seiner Klimatisierungsfunktionen, zu denen Isolierung und optionale Heizung gehören, kann der Camper bei unterschiedlichen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Verdunkelungsvorhänge an den großen Fenstern lassen tagsüber Licht und Luft herein und halten nachts neugierige Blicke fern. Vertrauensvolle Geländegängigkeit Das 4x4-System des Dacia Sandmann 2025 ist das, was ihn wirklich aus der Masse der Camper-Vans hervorstechen lässt. Der turbogeladene Diesel- oder Benzinmotor des Sandmann erzeugt genug Drehmoment, um anspruchsvolles Gelände und steile Steigungen zu bewältigen. Dank der einstellbaren Modi des 4x4-Systems kann der Fahrer die Leistung des Fahrzeugs je nach Straßenzustand anpassen, sei es Schotter, Sand oder Schnee. Für zusätzliche Stabilität auf unebenem Gelände hat Dacia den Sandmann mit einer Bergabfahrhilfe und einem innovativen Traktionssystem ausgestattet. Egal auf welchem Gelände, dank seiner geringen Größe und seines reaktionsschnellen Handlings genießen Sie eine ruhige Fahrt, was ihn ideal für die Navigation durch enge Straßen und dichten Stadtverkehr macht. Budgetfreundliche Abenteuer Wenn Sie sich für den Camping-Lebensstil interessieren, aber ein begrenztes Budget haben, ist der Dacia Sandmann 4x4 Camper von einer großartigen Wahl. Im Gegensatz zu anderen Campern, die vergleichbare Funktionen bieten, aber deutlich mehr Kosten, ist der Sandmann preisgünstig, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Benutzerfreundlichkeit zu machen. Sein niedriger Preis macht ihn für eine größere Bandbreite von Menschen zugänglich, von erfahrenen Campern bis hin zu denen, die noch nie in einem Pfann gesessen haben. Energiesparende Funktionen Dacia hat als Reaktion auf die wachsende Sorge um die umwelt-umweltfreundliche Funktionen in den Sandmann integriert. In der Küchenzeile und anderen elektronischen Geräten können Solarmodule installiert werden, sodass sie nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen werden müssen. Darüber hinaus ist der Motor des Fahrzeugs so konstruiert, dass er die neuesten Euro-7-Emissionsanforderungen erfüllt und so eine geringere Umweltbelastung gewährleistet. Perfekt für eine Vielzahl von Läden Der 2025 Dacia Sandmann 4x4 Camper Fun ist perfekt für eine Vielzahl von Reisenden, von Paaren, die sich aufs Land wagen, bis hin zu kleinen Familien, die einen Roadtrip machen. Egal, ob sie ein alleinreisender Abenteurer sind, der etwas Ruhe und Frieden sucht, dieser Fun ist für sie. Wenn sie nach einer praktischen und sorglosen Art zu reisen suchen, ist dies eine großartige Investition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017